Fast fertig! Yay! Okay, Spaß beiseite. Ich bin DonF204 und FlappyMV ist so gut wie fertig und wird auf jeden Fall demnächst released. Es wird einen Release-Stream geben. Dazu habe ich eine kleine Umfrage in meinem Community-Tab. Entweder würde ich den Release-Stream am 8. September, also Sonntag, nächste Woche um 15 Uhr starten, um 22 Uhr oder am 9. September, das wäre dann Montag, um 15 Uhr. Bitte stimmt ab, wann ihr am meisten Zeit habt. Der Stream würde 3 Stunden dauern, also wenn ihr zum Beispiel Sonntag um 16 Uhr Zeit haltet oder um 16.30 Uhr oder um 17 Uhr, wäre das auch noch vollkommen okay. Und dasselbe gilt dann natürlich auch, wenn ihr zum Beispiel hier erst um 23 Uhr Zeit hättet oder am Montag dann halt erst um 16 oder 17 Uhr. Also, der Stream dauert auch nicht nur eine Minute. Aber wer natürlich von Anfang an dabei sein will, sollte natürlich dann für die entsprechenden Werte hier. Ihr könnt auch in die Kommentare einen anderen Starttermin schreiben, wenn euch keiner davon so richtig zusagt. Vielleicht lasse ich mich auch nochmal umstimmen. Ja, was erwartet euch in dem Live-Stream? In dem Live-Stream werde ich ein kleines Event veranstalten. Ich habe nämlich für das Spiel hier ein Leaderboard gebastelt und man kann sich anmelden unter Name und Passwort. Das Eingabefeld ist ein bisschen kurios, weil es beim RPG Maker kein vorkonfiguriertes gibt, wo ich mit Tastatur reinschreiben kann. Dementsprechend sieht das halt so aus. Ich hätte jetzt noch ein Plugin runterladen können, wo man dann mit Tastatur reinschreiben kann, aber es ist eigentlich überflüssig. Ihr könnt auch mit Maus hier Buchstaben reinklicken, mit Escape wieder löschen. Gut, Namen und Passwort braucht ihr. Okay und okay. Bei mir ist Name und Passwort bereits ein Profil. Ich habe auch Musik. Ich weiß nicht, ob ihr die gerade gehört habt. Ich habe mal kurz den Sound wieder ausgemacht. Ich habe Musik bereits eingefügt und im Grunde, das Spiel läuft soweit. Eigentlich ganz gut. Hier seht ihr nochmal die Rangliste, das lädt kurz. Und tadaa. Name, also die Platzierung, erster Platz, Name und dann der Score. Ich möchte das Wort Score vielleicht noch weglöschen, aber das überlege ich mir noch. Weil eigentlich würde auch reichen, wenn hier nur die Zahl steht. Ja, also blau markiert ist man immer selber und die anderen der Top 10 sind dementsprechend weiß. Wenn man selbst nicht in den Top 10 ist, gibt es hier unten noch eine 11. Zeile und dann steht hier die Platzierung zum Beispiel 11 oder 12, 13, 14. Aber ich glaube nicht, dass es so viele Spieler geben wird. Und dementsprechend wird man dann hier unten in der 11. Zeile auftauchen, wenn man nicht innerhalb der Top 10 ist. So, genau. Ja, auf jeden Fall, ja, was braucht ihr alles, um euch zu registrieren? Das kann ich auch mal kurz zeigen. Eigentlich im Grunde nur Passwort und Benutzernamen. Also dasselbe, wie man zum Anmelden braucht. Also hier einmal Benutzernamen und einmal Passwort. Dadurch, dass es den Benutzer jetzt bereits gibt, wird er jetzt eine Fehlermeldung ausspucken. Genau. Die werde ich vielleicht noch ein bisschen ausführlicher machen, die Fehlermeldung. Das überlege ich mir noch, aber das spielt eigentlich keine Rolle. Und dann landet man wieder in den Menü. Im Grunde weiß man, dass da vielleicht irgendwas schiefgelaufen ist beim Registrieren. Was genau? Gut, das könnte ich, wie gesagt, noch ein bisschen näher erläutern und nicht einfach nur Error reinschreiben. Aber, wie gesagt, eigentlich spielt es auch keine Rolle. So, aber das könnte ich noch machen. Man kann auch abbrechen und natürlich Offline spielen, mehr oder weniger Offline. Und dann dementsprechend ohne Profil spielen. Aber dann kann man nicht in die Rangliste und wird dann in das Registrierungsfeld geworfen. Dann gibt es keine Rangliste. Man kann aber das Spiel ganz normal spielen. Press up to fly und dann kann man hier ganz normal fliegen auch. Und der Offline-Highscore rechts oben wird dann gespeichert. Und weiterhin, auch wenn man nicht registriert ist, genau, dann wird man wieder im Hauptmenü. Eigentlich ganz easy. Ich kann euch das nochmal demonstrieren alles. Aber eigentlich kennt ihr das Spiel ja. Man kann mit der Pfeil oben Taste fliegen oder mit Leertaste. Oder mit Enter-Taste kann man auch fliegen, wenn man das möchte. Je nachdem, welche Taste man bevorzugt. Oder mit Gamepad, zum Beispiel auf dem Xbox One Controller, auf dem ich spiele. Mit Steuerkreuz oben oder Joystick oben. Oder mit der A-Taste kann man fliegen. Und jetzt werdet ihr gleich sehen, wie man Highscore überboten wird. Und der läuft nach oben. Für alle, die das Spiel noch nicht kennen. Der Release ist dann natürlich für alle. Also auch Leute, die den RPG Maker MV nicht besitzen, können das Spiel dann selbstverständlich runterladen und spielen. Am Release-Termin. Und ja, Credits habe ich auch natürlich schon drinne. Ein Spiel von DonF204. Für Nefataris Tutorials, weil du da weitergemacht hattest, wo Alias und ich aufhörten. Und für meine treuen Fans, die dieses Projekt live verfolgten. Lord Evermore Secrets, The Luigi Player, Piggy, Karl Lastelio, Christian, Raph The Mass, Mimi, Maggie, Axel, Makeshift Gamer, KG20 und Itai. Und viele mehr. Game Engine, RPG Maker MV, Leaderboard, Playfab, Playfab Plugin, DonF204, Grafiken, DonF204, RPG Maker MV, Musik, RPG Maker MV und Sounds auch, RPG Maker MV. B. Inspiration, Flappy Bird von Dong... Das kann ich überhaupt nicht aussprechen. Nguyen. Ich weiß nicht, wie man das aussprechen soll. Aber laut Wikipedia heißt der Mann so. Okay, das war soweit das Spiel. Es ist jetzt nichts Kompliziertes. So, und bei meinem kleinen Event am Livestream geht es dann darum, wer es schafft, innerhalb des Live-Events, also innerhalb dieser drei Stunden, plus minus, also ich werde am Ende auch noch den Sieger verkünden. Also das wird dann, werde ich dann vielleicht eine halbe Stunde vorher, also bevor der Stream zu Ende ist, vielleicht dann beenden das Ganze. Und eine halbe Stunde vorher werde ich vielleicht noch ein bisschen Einleitung machen, also wird das Event dann wahrscheinlich zwei Stunden dauern. Also man hat zwei Stunden Zeit, auf gut Deutsch, auf Platz 1 zu kommen. Der, oh, jetzt habe ich mich vergessen einzuloggen, nicht schlimm. Anmelden, Name, Passwort und dann, also wer hier in der Rangliste ganz oben auf Platz 1 steht, außer meine Wenigkeit, also ich bin ausgeschlossen. Wenn ich auf Platz 1 bin, während dieses Events, dann zählt automatisch der Zweitplatzierte. Und je nachdem, wer gewonnen hat, der ist dann der Sieger. Yay! Ich hoffe, ihr macht mit bei meiner kleinen Highscore-Jagd und versucht, der Flappy-Burr, Entschuldigung, Flappy-MV, World Champion 2019 zu werden. Ähm, diesen Titel bekommt ihr dann offiziell und werdet auch irgendwo innerhalb des Spiels dann als Flappy-MV, World Champion 2019 markiert. Das mache ich dann im nächsten Patch und auf jeden Fall werde ich euch auch noch irgendwie, also den Sieger, irgendwie dann innerhalb meines Kanals würdigen. Das vielleicht innerhalb eines Videos, vielleicht mache ich ein Video für die Person oder ich werde die Person irgendwie anders würdigen. Ihr könnt ja mal was in die Kommentare schreiben, was die Person von mir bekommen soll. Vielleicht habt ihr eine gute Idee. Ja, und das war's soweit. Ähm, den Options-Button, den habe ich noch nicht fertig. Da passiert gar nichts, wenn ich da drauf drücke. Ich bin mir noch unschlüssig, was ich für Optionen reinnehme. Ich möchte wahrscheinlich, ähm, den, die Hintergrundgrafiken an- und ausschaltbar machen, falls man davon abgelenkt wird. Und ansonsten überlege ich noch, ob ich vielleicht noch Sprache auswählen, aber eigentlich ist das auch egal, weil ich habe nur deutsche Zuschauer, würde ich meinen. Naja, egal, da lasse ich mir noch was einfallen. Das geht auch relativ schnell, das einzubauen. Daran soll es jetzt nicht scheitern, denke ich mal. Gut, das war's soweit von mir. Ja, ich hoffe, ihr macht mit bei meiner Umfrage, ähm, wann das Event starten soll. Und in meinem Community-Tab, wie gesagt. Und ihr abonniert bitte fleißig weiterhin in der Fatari. Und, oi, da sind wieder Abonnenten verschwunden. Ey, Leute, das geht doch nicht. Das geht, das geht nicht, Leute. Das ist nicht okay. Okay, mhm, nein, 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 abonnieren. Also, weiter fleißig Nefatari abonnieren. Nefatari arbeitet auch derzeit wieder an einem Tutorial, meinte sie letztens in den Kommentaren bei mir. Aber sie möchte nichts versprechen. Ich denke mal, das wird aber vielleicht irgendwann kommen, das Tutorial. Also abonniert sie und selbst wenn das Tutorial nicht kommt, schaut ihre Videos, da gibt es sehr, 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 sehr viele, sehr, sehr gute. Wie ich bereits gesagt habe, mehrfach innerhalb meiner Livestreams habe ich sie ja mehrmals vorgestellt. Abonniert sie. Ja, das war's jetzt aber wirklich soweit von mir. Und, ja, tschüsseli, bis zum nächsten Mal. Und, ähm, ja, spielt dann bitte eine Runde Flappy MV mit mir zusammen. Ähm, wer es auch schafft, mich zu besiegen und, ähm, auf Platz 1 zu kommen, wird natürlich doppelt gewürdigt von mir. Also, wer den Macher des Spiels besiegt, das ist dann schon eine Leistung. Ich denke, ich werde, ähm, dann im Livestream live ein bisschen Flappy MV spielen und auch vielleicht noch ein bisschen was erzählen. Ihr könnt auch Fragen stellen, was ihr euch interessiert. Spielt gar keine Rolle, was ihr so für Fragen raushaut. Ihr könnt auch ein paar Themen ansprechen, einfach nur mit mir chatten oder was weiß der Geier. Ähm, ja, ich hoffe, ihr spielt mit mir eine Runde Flappy MV. Es ist komplett kostenlos und schadet ja nicht. Ich würde mich freuen, wenn ich euch bei der Highscore-Jagd dann sehe und euren Highscore auf Platz 1 sehe und meinen nur auf Platz 2 oder nicht mal in den Top 10. Das, das wäre, das wäre der absolute Wahnsinn. Das fände ich richtig, richtig genial. Aber ich zweifle dran, dass ihr mich besiegen könnt. Das müsst ihr mir erst mal beweisen. Ich glaube nicht, dass ihr das könnt. Ich bin viel, viel, viel zu geübt in dem Spiel, weil ich bin ja der Einzige, der wirklich üben konnte, dementsprechend. Und ihr habt im Grunde nur, sagen wir mal, grob zwei Stunden Zeit, das Spiel zu lernen und mich zu besiegen. Aber es könnte reichen. Ihr seid sicherlich gewebter als ich, wie man merkt. Aber es ist okay. Ich bin auch nicht so der perfekte Spieler. Aber ich bin gespannt, wie gut ihr euch anstellt. Würde mich wirklich interessieren. Ich hoffe, ihr macht mit bei der Aktion. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Spiel, wenn es rauskommt. Und nicht vergessen, in meinem Kanal, im Community-Tab abzustimmen, wann ihr das Flatbmv-Event, das Release-Event, wann ihr das gerne hättet. Ich hoffe, wie gesagt, dass ihr teilnehmt. Tschüsseli! Ja, ich hoffe, wir verabschieden. Bis zum nächsten Mal.